In Deutschland, so schien es lange Zeit, war der QR-Code ein Auslaufmodell. QR steht für Quick Response oder Schnelle Antwort. Man kennt es, man nimmt sein Smartphone, hält es auf einen QR-Code und wird dann zu einer Webseite gebracht, die dort beworben wird. QR ist also eine Möglichkeit, für wahren Dienstleistungen für Smartphones Informationsangebote bereitzustellen. Man muss also nicht mehr mit der Hand über die Tastatur Adressen eingeben von Webseiten oder von Facebook-Seiten, sondern kann das sozusagen grafisch darstellen. Und beim iPhone macht es die Kamera, die erkennt den QR-Code. Bei Android muss man sozusagen noch eine App draufladen. Aber der QR-Code erlebt gerade jetzt in der Corona-Krise, sozusagen in der Kontaktnachverfolgung über die Luca-App, eine Renaissance in Deutschland. Und ich vertrete die Auffassung, dass wir nach Corona auch weiter mit QR-Code arbeiten müssen. Deswegen entwickle ich für meine Kunden sozusagen ein Auffrischungsprogramm zum Thema QR-Code, eine Handreichung, damit man jetzt durch die Corona-Krise zumindest aus der Not eine Tugend macht und für später für sein Marketing im Unternehmen, für seine Dienstleistungen das Gelernte weiterverwendet, indem man QR-Code und Handy verbindet und für die Kundenansprache nutzt, coole Informationen bereitstellt, auf kleinstem Raum, auf dem QR-Code, auf dem zweidimensionalen Feld für Social Media, für Produktwerbung, für das Unternehmen, für dies und das. Und daran arbeitet gerade Achim Weidner von der Media Lab Internetagentur in Rüsselsheim, damit man sozusagen nach Corona das gelernte QR-Code weiterverwenden kann und in den geschäftlichen Alltag einführt.